Hallo zusammen und willkommen zurück bei Jabba KP. Wir sind heute mit dem Wupp Wupp. Hallo. Und ja, und mit mir. Und wir spielen heute Five Nights at Freddy's. Es ist ein Horrorschreckspiel. Und ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Es gibt dann den, äh, den, äh, den, äh, anruferskippig weg. Ja, ich auch. Den, äh, nee, lass mal hören, wegen den Zuschauern, damit die, äh, stimmst. Aber weg, ich kann's. Ja, cool, ich komm ins Game. Was hab ich? 99%? Ich auch. Schick mal auf die Nase von dem Bär auf dem Poster. Ja. Oh, 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 ganz schön, ich bin gerade erschrocken. Scheiße. Was, der Telefon? Nee, ich will auch so sie auf die Kameraden schicken. Hast du jetzt gemacht, aber was hast du jetzt? Mach ich. Echt? Ja, schon. Ich will dir mal fragen. Aber wer geht denn in so einem Restaurant essen, wo drei solche eklige Figuren rummogeln? Naja, ich war da gestern. Das reicht schon. Das ist, das ist, das ist, das ist. Stuttgart. Stuttgart. Ja, Sigi, wenn abends würde er nicht celebrate stehen. Scheiß. Ah, äh, oder my fun day. My birthday. My fun day. Das ist so. Nicht Burger Town. Das ist so Pizza, das ist auch irgendwie eine Pizzarei. 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 Da zu wohnen, whatever. Ja, es ist eine Nacht und ich habe elf Prozent verbraucht. Boah, das regelt da. Boah, das regelt da. Sieh ich nicht krass? Boah, das regelt da. Sieh ich nicht krass? Nein. Kein Sonnenschein. Boah, weil er uns regelt. Ja, Hagel. Okay, das ist kein Sonnenschein, das ist eher bewild. Indig. Die Verbrauchtheim. Die Verbrauchtheim. Die Verbrauchtheim. Die Verbrauchtheim. Okay, okay, dann wieviel prozent das du hast? 5.5 Uhr. Wie spät? 1 Uhr. Okay, ich hab ein Prozent mehr. Ich würde bei der ersten Nacht immer auf Foxy aufpassen. Warum? Also auf den Fox, der ist in der ersten Nacht irgendwie am schnellsten, also wie schnell man da. Bei mir sind alle noch krank. Ich frage ja bei mir auch noch, ich frage mich, warum er eigentlich diesen komischen Ventilator anhat, wenn er so wenig Strom hat. Ja, warum? Warum? Warum hat er eigentlich so ein bisschen Spaß gemacht? Das stimmt. Nee, vielleicht. Ja, nee, stimmt. Aber trotzdem wird ein Lager ausmachen, der geht sich auf den Nerv. Und wie, und wie, und wie, und wie, und wie, und wie diese komische Poste? Ich will wissen, wie funktioniert. Da hat er noch fünf stehen, hat er Computer stehen, hat er Bürger stehen, hat er Bürger stehen, dann beamen, dann ist das mal aufräumen. Das ist ein Döner. Na, du Folie. Okay. Erst ist das weg. Ne, das sind Bürger, oder? Keiner. Da ist Muffel. Wie viele Prozent hast du? Wie schaffst du? 76. Oh mein Gott, hab ich gedacht. Als erstes kippe ich so auf die Kamera und davor stand er so ein bisschen weiter weg. Jetzt kippe ich rauf und der steht genau vor mir. Genau vor der Kamera. So, jetzt hat er fertig geklappt. 2 Uhr, 73%. 3 Uhr? 3 Uhr schon? 2 Uhr. Ah, bei mir auch drehen gibt's ich. Ach, die erste Nacht ist so stillig. Oh ja. Oh mein Gott. Was ist das, äh, was, äh, was hat er? Was haben wir ihm überhaupt getan? Keine Ahnung. Nein. 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 Was? Der Haas ist weg. Ganz weg. Oh scheiße. Nösten der eine dieser lila eine Bär weg, oder? Keine Ahnung was ist es, ist auch ein Haare. Ja, der Haare ist ja auch ein Ding, Kämpfen. Der bin ja auch. Aber das schon seit 10 Minuten, seit mal ganz von Weitern auch. Wie viel Prozent hast du? 64 65 Oh nee, Cam 1B Ah, 1B, da ist der Hase jetzt Wann mische ich diese komische Musik im Hintergrund auf? nicht witzig bei mir ist es schon fünf Uhr, weißt du Oh, Foxy ist da guck mal auf Foxy bei mir bei mir schon bei mir guckt er gerade raus Alle sind noch an ihren Plätzen Foxy ist gar nicht auf dem Poster Ey, weil Foxy ja auch out of order ist, ist ja nicht da What the fuck Guck mal bei Foxy ist Cam, sorry, out of order Der Hase ist weg Der Lila, ne? Cam 5 Ja, da ist er auch die ganze Zeit noch bei Cam 1 Die Uhr Bei mir auch, wie viel Prozent hast du? 52 Ich hab jetzt 52 Was ist der? Ah, okay, der ist jetzt schon Cam 2, der ist gefährlich nah Foxy kommt auch immer näher Foxy kommt nicht Der Foxy ist bei mir jetzt schon fast draußen Der kommt gefährlich nah, das riecht mich schlecht Die Kameras sind raus Bei mir gibt's gerade Action Okay, er ist zurückgegangen, Foxy ist noch da, wo so ist Der ist einfach mal ne Sie Sag ich jetzt mal Gott Wie sieht der Kinte Cam 5, oder? Ah, da kann nun Cam 2 kommen Das Spiel, wenn ihr euch das holen wollt, kostet übrigens auf Steam 5 Euro waren es, oder? Oder 4? Ja, 5 Euro 4,99 Euro Oh, oh, Cam 2 Ja, der war ja gerade eh, der verpiss ich den nach 3 Der spielt die Kamera aus Das ist bei jedem anders Also du warst bei mir Ja Wie viel Prozent hast du noch? 40 5 Uhr 36, ich bin jetzt voll Power, geht immer nach Okay, Cam 3 Der 3 ist aber bei mir jetzt WTF? Ja, der war gerade schon da, oder was? Ja Man kann sehen, da, dass er noch da ist Achso Achso, Kamera Ich mach das Licht nie an, weil ich Okay, die Ente ist los Die Ente kommt 1b Die Ente kommt 1b Das war 30% Hat ja dauernd angeschrieben Die Ente ist auch weg bei mir Kameraden sind alle aus 5 Uhr Der ist wieder da Foxy ist da Der ist wieder da Ente ist los Der hat sich nicht bewegt Ach, Jackson Du bist am schwierigsten, du machst einfach nichts Oh, nee, Cam 2 ist schon wieder Geschafft Ja Alter, die erste Nacht ist schon Panos Zweite Nacht Zweite Nacht Ja, zweite Nacht Und noch die Nacht Anlaufsteam Klammern Ja, ich verliegt das Den Wupo-Parte Ja Man kennt man eventuell immer Irgendwann Das ist kurz zockt Amtspielen 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 Pelg ein und beides ist schon weg wir haben den Wort der Beirat von 6 das Prozent sind bei mir schon weg wie viel Prozent der Falle wenn wir uns alle auf die Prozesse ach du scheiße kann es weiß ich dich schon ich mag es nicht ich hab was trampelt Camp 3 Jode ist direkt 2 bei Arte fach und scheiße mit Prozent und da gewesen genau ohr in den nächsten Tagen kommen aber feststellen und verspreche ich euch also ich versuch er weiß ich nicht dass es ist kasselig 5 Prozent also ist noch kein Kanzler gekommen also waren nicht mehr getrennt Nein, Foxy guckt auch schon raus. Alle sind... Wir sind beide noch am Sporen. Also hinten beim ersten. Foxy ist noch nicht mal mit einem halben Kopf draußen. Hast du den Umhang ein bisschen hoch gemacht? Oh ja. Der Hasenbär ist da. Sag einfach Teddybär. Der Hasenbär. Der Hasenbär. Oh Mann. Naja. Da sind noch beide da. Foxy ist noch nicht draußen. Nein, alle Kameraden sind aus. Nein! Meine Fresse! Das fiss ich. Das wollte ich eigentlich mit mir machen, weil die mich essen oder so. Und? Nein! Foxy guckt schon raus. Ist ganz fast draußen. Noch ein Mal und er ist draußen. Also mit dem Körper, aber noch nicht aus dem Bild. Ja, bald. Ist er. Noch einmal und er ist... Aus dem Bild? Ja. Toll. Ich will mal aufpassen. Hat noch eine 60%... 2 Uhr. 69. Oh, mir geht dieser Ventilator auf. heute die Spielspiel so lange bis sich auf jeden Fall noch drei Geschäfte aber nach zwei Jahren egal ich spiel es so lange ernsthaft ich habe es auch zu einem hohen er führt an oder es ist los denn es ist ein bisschen Schäden muss es sind und du musst nachts und schaffen dafür bin ich zu schlecht ja auch der hafen die war da hat es vor meinem bildschirm alles so ok ein guter so weg ja alles ist bei mir noch nicht alter der hausenbrudy war gerade da er guckt mich so an für den hasen nicht mehr aber der ist ja auch nicht vor der tür im flur vielleicht ok 2 im flur und schlusser schaffen 3 und nachts und ich habe noch 50 prozent 3 uhr und 38 prozent beim trampeln hören nein mann weg Weg. Oh, fuck, man. Holy shit. Boah, der Entenbrud ist noch da. Ich mach dir wieder meine Kamera aus, was ist da so viel Hunger? Bahnenenten. Ich mag keine Enten. Ich hab was gegen Enten. Geht so weg. Somit verscheuche ich euch jetzt. Das mache ich mit euch. Mein, die Bühne. So. Ja, geht das, was? Warte. Ja, ja, ich war scheinbar mit dem Quietschen. Man, der schlägt immer noch vom Fenster. Du hast dich nicht mehr zu. Okay, der ist weg. Boah, ich hab nur auf den Sack. Wie viel Prozent hast du noch, um die Spiele zu spielen? 16 und nach 4. Äh, 4 Uhr. Aber auch 16, aber eine Tür ist bei mir zu. Nee. Kommt schon. Kommt schon. Nacht, lass es jetzt 8,5 werden. Und jetzt auch nach 5, äh, Tag, Stunde. Nacht, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Alle Kameras sind aus. Ja, dann guck, äh, dann drückt sofort immer Licht. What the fuck? Manchmal macht er automatisch die Kamera irgendwie. Das ist doch nach 5, während loskam. Stunde 5. Ja, Stunde 5. Ah, ich hab 5 Uhr. Kamer? Ja. Das ist aber wieder weg. Achso, ich sagte, du hast verloren. 2%. 2%. Nein. Alle. Es war... Ja, es war... Game over. Ich hab' da verloren. Pss, 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 pss. Pss, pss. Nein. Warum? Warum tust du mir das an? Du willst mich doch gar nicht essen, oder? So krassig bin ich doch gar nicht. Schmeckt nach. Hast keine... Hast keine Batterie mehr? Aha. Hast du keine Batterie? Nein. Hörst du... 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 Da ist das... Hörst du... Hörst du... 시�우 DeAndrin... Hörst du... Hörst du... Hörst du N BERKARCHLICHE Mенной. Hörst du. Hörst du... Tschüßchen... Machst... Ja, dein Trickspiel war auch gerade der Haken. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das war's für heute. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.